Da sind wir auch schon wieder zurück und wir stehen immer noch von diesem coolen Hintergrund hier. Ich mag das eigentlich ganz schön. Gern diese Lichtstimmung hier. So schlimm sieht es dann auch nicht aus. So, wir müssen aufpassen wegen diesen Fallen hier. Die sind ziemlich tödlich. Halt durch, Elena. Wir sind auf dem Weg. Und dazu müssen wir hier rüber springen. Das funktioniert ganz gut. Dass ich auch immer alles auseinanderbrechen muss. Schlechte Bauqualität. Ja, dann lassen wir uns mal fallen. Wir müssen in die da rüber kommen. Oh, gibt es denn hier vielleicht noch was? Was? Ne, hört auf. Au, 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 au. Welches Arschloch. Bist du schön. Nein, das sind viel zu viele. Das sind viel zu viele. Mist. Er ist da drüben. Ach Mist, jetzt schon. Egal. Den haben wir. Oh. Das war quasi nicht normal. Puh, also wenn der uns erwischt hat, sind wir am Arsch. Nein, Mist. Wir haben den immer noch nicht erledigt. Jetzt aber. Puh, okay. Und das. Ach du Scheiße. Warum stecken die nur so viel ein? Das ist nicht nett. Dann hört es bei mir auf mit Feuchtlichkeit. Geil. So, hier sehen wir zum Beispiel so eine Falle. Da können wir so. Ah. Ich dachte eigentlich irgendwie so. Genau. Sollte man aber nicht zu oft ausprobieren. Hier haben wir auch noch eine Falle. Wie. Au. Na, der war nicht schlecht. Auch wenn ich per Zufall darauf geschossen habe hier. Aber alles was zählt ist die Wirkung. Der Erfolg. Guck mal, hier eine Falle. Ach ne, die ist schon ausgelöst. Von der Explosion. War es schon wieder ein paar? Gibt es doch nicht. Hier mal das Falle aktivieren. Ach, die ist auch schon ausgelöst. Okay. Nein, die war doch nicht ausgelöst. Okay, da kommt wer. Da kommt wer. Scheiße. Ja, komm doch mal hier hoch. Dann kann ich. Das Zeigster in die Luft sprengen. Aber die wollen sie also nicht. Natürlich. Jetzt kommt natürlich einer. Halt deine Schnauze. Ich will mich doch eigentlich das hier schnappen. Jetzt geht die Fahrt hier erst richtig los. Schade, das war's schon. Na geht doch. Durfte ich's doch noch in die Luft sprengen. Da steht immer noch einer. Mist, jetzt kommen schon. Ich glaube, das waren alle. Dann schnappen wir uns hier mal eine AK. Und unsere... Oh, unser Abenteuer hier kann weitergehen. Und hier hat's viele fallen. Ach, Mist. Ui. Bloß aufgepasst hier. Bloß aufgepasst. Schnell in Deckung. Du Scheiße, das war wieder mal haarscharf. Jetzt gebt Ruhe. Ach, komm. Ich hab gesagt, du sollst Ruhe geben. Oh, Mist. Jetzt ist die ganze Munition wieder verballert hier an den Typen. Ich glaube, da hinten hat einen erwischt. Ui. Wo wird diese Falle hier ausgelöst? Hier. Da ist auch schon ausgelöst. Da sind aber schon viele fallen ausgelöst. Hier mal wieder. Nachladen. Perfekt. Jetzt müssen wir aufpassen. Sonst segnet wir hier schnell das Zeitliche. Aber hier sind fast alle fallen schon ausgelöst. Ui. Ui. Sind auch ausgelöst. Was haben wir hier noch? Ne, die Mos möchte ich nicht. Aber das hier nehmen wir mit. So, dann nur noch hier durch. Gut. Das haben wir geschafft. Oh. Hier können wir ja noch hoch. Gibt es denn hier vielleicht ein Schatz? Ja, ein Schatz. Silberner Inka-Ohring. Wir haben schon 12 von 60 Schätzen gefunden. Ist gar keine schlechte Bilanz, oder? Vögel. Und hier ist dieses... Ja. Diese Festung. Die wir jetzt mal stürmen. Natürlich im Alleingang. Ist doch klar. Das darf doch nicht wahr sein. Ach, du Scheiße. Klettern wir einfach mal hier hoch. Na toll. Na toll. Hast du dir das gut überlegt? Willst du das wirklich tun? Ich meine, guck dir das an. Natürlich will ich das machen. Geht doch ganz gut. Augen hoch. Nicht runtersehen. Oh ja. Und hier schließt man wieder alles ein. War ja klar. Und weiter. Puh, da will ich nicht hinunterfallen. Und das werden wir auch nicht. Wir haben es fast geschafft. Gott sei Dank. Das ging ja nochmal glatt. Und ich glaube, unsere Freunde warten hier wieder auf uns. Krass. Sieht aber geil aus. Finde ich vielleicht jetzt nur geil, weil ich keine Grafikhure bin. Äh, hier ging es doch irgendwo wieder raus, oder? Ach ja, hier. Oh, das darf nicht wahr sein. So, das ist auch eine krasse Perspektive. Da geht es ganz schön tief runter. Hier war ich doch schon mal. Bist du dir sicher? Ich glaube nicht. Das sieht alles gleich aus. Und Sprung. Mann, Mann, Mann. Was machen wir hier bloß? Warum machen wir das zum Teufel? Okay, wir wagen den Abspruch. Oh. Der war nicht gut. Da ging es mit uns tief hinunter. Hinunter. Mist. Also, das Ganze nochmal. Genau das meine ich bei den Liaden. Man weiß nie genau, ist es jetzt gut zum Abspricken oder ist es nicht genug. Manchmal reicht es und manchmal eben nicht. Okay, diesmal machen wir es aber besser. Ich glaube, wir brauchen schon ein bisschen mehr, mehr. Ja, jetzt wird es wahrscheinlich reichen. Aber zur Sicherheit machen wir nochmal einen Gang. So, okay, wir springen. Ja, was denn? Ach, Mann, ey. Ich hasse dieses Liaden-Geschwinge. Wow. Was war das für eine Aktion? Jetzt läuft gar nichts mehr. Ich bin zu schnell. Ich muss mal das Tempo zurücknehmen, ein bisschen. Dann nehme ich das Tempo zurück oder sage es zumindest. Aber mach dann noch schneller. Okay, diesmal aber. Komm schon. Nate, das muss doch funktionieren. Was? Das gibt es nicht. Ach so, ich glaube, ich weiß warum. Ich Idiot. Ja, ich weiß warum. Ich weiß warum. Ich bin so ein Idiot. Bis hier läuft alles ganz gut. Ja, ja, so. Dann so und dann hier warten. Und dann einfach ein bisschen weiter hoch. Wäre keine schlechte Idee gewesen, was? Und dann schaffen wir das auch. Mann, ey. Ich bin so doof. Okay, fast geschafft. Fast geschafft. Ich muss durchs Fenster springen. Tja. Da mal los. Ja gut. Ja gut, das hält mich aus. Hei. Puh. Oh, die nehmen wir natürlich mit. Hab wir hier sonst noch was? Ich glaube nicht. Ach Mist. Oh Mist. Lass die uns auch immer gleich entdecken. Oh, da oben sind sie auch noch. Mist. Komm raus. Jetzt schnappen wir uns die Pistole hier wieder. Oh Mann. Du sagst es, Nate. Du sagst es. Die sind irgendwo da oben. Wo sind sie denn? Da ist der Typ. Aber ich sehe ihn nicht richtig. Wir müssen uns anders positionieren. Hui. Das sind ja mehrere. Komm schon. Gut, der wäre weg vom Fenster. Der auch. Das sind immer noch Typen. Aber wo? Oh. Ach du Scheisse. Die Frage hat sich beantwortet. Ihr seid irgendwo da oben. Und zwar da. Mist, da ist immer noch jemand. Komm raus. Scheisse. Könnt ihr nicht einmal nett zu uns sein? Nur einmal. Auf ihn. Ich hoffe, das war eine gute Idee, hier hoch zu kommen. Überlebt haben wir es. Da gehen wir noch nicht weiter. Zuerst mal die Munition sammeln und dann hier hinausstehen. Ich glaube, hier gab es nichts mehr, aber da können wir nämlich noch drüber. Oh. Ich wollte eigentlich hochspringen. Ja, genau so. Aber ich weiss nicht mehr, ob es... Ja doch, hier gab es einen Schatz. Sonderbare Reliquie. Sieht nach dem Osterheil aus. So, können wir hier wieder runter. Hier durchs Fenster. Können wir uns hier die Munition noch schnappen. Alles klar. Mal kurz nachladen. Nee, können wir nicht. So, haben wir uns auch angesehen. Wir sehen uns einfach hier alles an. Ach nee, ist doch keine Munition. Hier ist auch nichts. Cool. Gefällt mir schon besser. Nee, komm, lassen wir mal so. Tja. Und wie es dann hier unten weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge von Uncharted. Bis dann.